Sarah Engels, so hat sie der Geburt wieder abgenommen. Dass Sarah Engels, 30, topfit ist, ist kein Geheimnis. Auf ihrem Instagram-Account lässt sie ihre Fans regelmäßig an ihren Workouts teilhaben. Natürlich war ihr normales Sportpensum während und nach der ihrer Schwangerschaft erst einmal nicht möglich. Wie sie aber dennoch zu ihrer alten Form zurückgefunden hat, verrät sie jetzt in ihrer Instagram-Story. In einer Frage-und-Antwort-Runde, bei der Sarah ihren Follower, in den sieben Fragen beantworten möchte, wird die Zweifach-Mama gefragt, wie sie nach der Geburt denn so schnell wieder abgenommen habe. Eine schwierige Frage, auf die Sarah sehr umsichtige Worte findet. In einer ausführlichen Story schreibt sie, ich glaube, der Sport in der Schwangerschaft hat mir geholfen und auch danach habe ich recht früh mit Spazieren angefangen. Bewegung tut mir einfach gut. Sarah weiß jedoch auch, dass jeder Mensch und jeder Körper anders ist und schreibt deshalb dazu, aber macht dir keinen Stress. Sobald Stress hinzukommt, wird alles schwieriger, auch wenn ich das selber ungerne zugebe. Mit zwei Kindern ist es natürlich nicht ganz einfach, regelmäßige Fitness-Sessions einplanen zu können. Krankheiten, Mittagsschlaf oder der große Hunger stellen den Tagesablauf von Eltern immer wieder auf den Kopf. Sarah Engels hat deshalb den Morgen für sich entdeckt. Sie nutzt die frühen Stunden, um sich im Fitnessstudio so richtig auszupowern, um sich dann für den restlichen Tag fit und gut zu fühlen. In einer Kombination aus Hit- und Ausdauerübungen, wie beispielsweise Seilspringen und Kraftübungen mit Eigengewicht sowie kleinen Gewichten, Schafft die 30-Jährige optimale Voraussetzungen, um möglichst schnell und effektiv Muskeln aufzubauen und an Gewicht zu verlieren. Verwendete Quellen, Instagram.com